ice flame bolt ice and fire magic was bist'n so ein riptide spell, riptide ist das hier first upgrade second upgrade klingt auf jeden fall schon mal böse, wie geht der zauber cane of fire and ice incineration field is extinguish auch nett dachte mir, dass irgendwas irgendwo hin entkommen ist aber sagt mir bitte nicht, ich muss dieses spiel noch mal mit eis drachen wiederholen um das andere ding aufzukriegen, aber ich bin ja schon mal froh, dass ich das hier gecleared habe bin ich echt froh drübe ja hier ist nichts ich habe hier nämlich auch solche Nischen, wo einfach nichts ist jedenfalls auf den ersten Blick da will ich rein das macht den gang da hinten auf, ok hier ist nichts diesen durchgang brauche ich nicht unbedingt die könnte ich halt löschen, ich weiß noch nicht ob das was kann ich die Jungs auch so löschen nö nein, das hat jetzt nichts offensichtliches gebracht hm der Nische war ja halt auch nicht wirklich was drin das hat glaube ich jetzt den Teleporter hier angemacht oder nö ich probiere mal was, ob das was mit den Jungs hier zu tun hat kann ja mal alle aktivieren ok ah, so habe ich wenigstens schon mal das aufgekriegt ein Forstcap lass mich raten, was ich noch geöffnet habe war das hier ja gut ein X und ein Grund zum ähm Speicherkristall zu hopfen so das heißt wir haben jetzt bis auf da war ich schon die Seite haben wir fertig komplett ich würde halt gerne noch wissen was ich mit den Drachen anstellen kann ob die nur zerzierde da sind und mal einfach was reinstopfen kann in ihre Mäuler oder ob die noch irgendeinen höheren Zweck hätten das werde ich vielleicht mal im Dings nachgucken im Walkthrough so jetzt haben wir ja nur noch diese freudigen Spaß hier auch hier geht's nicht rein hier könnte ich alles wieder zumachen das ist kein RISP-Shift-Spot das macht das auf und zu das ist okay soweit hier wären Steine weil ich da was putt gemacht habe was habe ich jetzt getriggert ach ja stimmt ja hier war noch etwas was absolut nichts bringt also dass ich hier lande ja okay das war nicht das was ich wollte machen wir mal das gute Licht wieder an das hatte ich glaube ich auch bereits versuchen das war jetzt auch knapp das wird auch langsam knapp ich kann hier halt einen Stein durchlegen macht jedoch hier nichts auf hm 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 Das macht nur hier auf, wo ich in der Falle sitze und ausgeportet werde. Und ja, hier bin ich wieder in dem Nachbarraum. Das portet mich raus. Wo portet mich der hier hin? Der portet mich hier an den Anfang und der hier. Der portet mich an den gleichen Anfang, okay. Ja, machen wir da mal auf. Äh, wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich wieder hier. Ich hasse dich, Teleporter, nur dass du es weißt. Äh, wo bin ich? Ach, hier bin ich. Du portest mich hier hin? So, was passiert, wenn ich die beiden Druckplatten einfach belege? Geht hier immer noch nichts auf. Okay. Das ändert auch nichts und wenn gar keine. Druckplatte billig ist. Ändert das auch nichts hier an der Konstellation? Hm. Ich dachte gerade eben, ich hätte so einen Hebel, so einen Kettenhebel zum Ziehen gesehen. Ah, das war wohl nur ein Bildung. Das wäre ein echt nerviges Zeiträtsel. Ja. Aber für was habe ich das denn? So, jetzt muss ich nur hier wieder durch irgendwie. So war der Spruch, glaube ich, gell? Nein. Nee. Okay. 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 So, jetzt kann ich schon.